Und das erlaubt das Völkerrecht. So brutal das klingt, aber es erlaubt das Völkerrecht. Und die Chance, 40, 50, vielleicht 60 bewaffnete Kämpfer, ja, im militärischen Jargon heißt es zu vernichten, die bietet sich sonst in diesem Szenario nie. Denn sonst ist immer die Bundeswehr ein Schritt hinterher. Sie wird immer angegriffen. Sie ist immer in der Verteidigungsposition, weil den Ort und die Zeit immer der Gegner bestimmt. Der Morgen danach. Die Sandbank von Kunduz. Schätzungen der Opferzahl reichen von 60 bis 140. Die meisten Toten sind keine Taliban-Kämpfer, sondern Bewohner der umliegenden Dörfer. Auch Frauen und Kinder. Bis heute ist es der blutigste Luftangriff der gesamten ISAF-Mission. Einer der ersten Deutschen vor Ort ist der Feldwebel Jan Hecht. Es waren an dem Morgen keine Verwundeten oder Toten mehr da. Es war, und das ist ganz typisch für Afghanistan, ja, alles, was noch zu gebrauchen war, war im Prinzip entfernt worden, um es weiterzunutzen. Am Tag darauf kommt der ISAF-Befehlshaber General McChrystal auf die Sandbank von Kunduz. Der Amerikaner hat sich oft geärgert über die Kritik der Deutschen an den vielen zivilen Opfern durch US-Luftangriffe. Jetzt kann er es der Bundeswehr heimzeilen. Kleins Befehl sei nicht angemessen gewesen, erklärt McChrystal vor der Presse. Demonstrativ besucht er afghanische Opfer im Krankenhaus. Verletzte Bundeswehrsoldaten im Lazarett von Kunduz besucht er nicht. Ich sage im Nachhinein, das Verhalten damals von McChrystal, und er ist ja danach hier auch nicht mehr lange im Amt gewesen, das war auch unter militärischen und kameradschaftlichen Gesichtspunkten aus meiner Sicht nicht in Ordnung. In den Tagen nach dem Luftangriff herrscht in Kunduz höchste Alarmbereitschaft. Werden sich die Taliban rächen? Was uns an dem Tag aufgefallen ist und dann aber auch an den folgenden Tagen ist, dass sich eine andere Situation in Kunduz entwickelt hatte. Die Bevölkerung, so merkwürdig uns das erscheinen mag, hat auf einmal ein höheres Vertrauen. Zumindest haben wir das so bewertet, uns haben ein Kind dazu gewunken, die Bevölkerung ist auf uns zugegangen. Wir hatten das als gewonnenes Vertrauen interpretiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Georg Klein. Das Verfahren wird eingestellt. Die Bundeswehr befördert ihn zum General. Der Oberst Klein war nie eine Kriegsmaschine oder ein eiskalter und abgebrühter Oberst in dem Sinne. Sondern er war ein Mensch und er ist ein Mensch. Und er hat sehr, sehr getroffen, verbittert reagiert. Er ist in den Jahren auch sehr, sehr in sich gegangen. Und ich glaube, er hat auch an den Fehlern, die er selbst gemacht hat, am meisten zu kauen gehabt. Ganz in der Nähe von Kunduz treffen wir eine Gruppe von Taliban in ihrem Versteck. Auch aus ihrer Sicht ist der Befehl von Georg Klein ein entscheidender Wendepunkt für den Norden Afghanistans. Es gab damals 74 Tote. Für uns sind das Märtyrer. Unsere Mujahedin hatten zwei Tanklaster gestoppt, die auf dem Weg nach Bagram waren. Das Benzin wollten wir armen Dorfbewohnern aus der Umgebung schenken. Als die Flugzeuge die Tanker entdeckt hatten, warfen sie ihre Bomben und töteten 74 Muslime. Mit dem Angriff auf die Tanklaster beginnt die schwierigste Zeit für die Bundeswehr in Afghanistan. Die Offensive der Taliban dauert mehr als zwei Jahre. Für die Aufständischen ist sie besonders verlustreich. Die Bundeswehr veröffentlicht keine Zahlen von getöteten Gegnern. Nach Schätzungen von Experten sind es mehrere hundert. Wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Wir werden so lange kämpfen, bis die Deutschen von unserer heiligen Erde verschwunden sind. So lange, bis sie sich zurückziehen müssen, wie damals die Russen. Mit Allas Hilfe werden wir die Deutschen besiegen. Und sie sind ja schon fast besiegt. Noch höher als die Zahl der getöteten Taliban sind die Opfer unter der Zivilbevölkerung. Damit die Stimmung rund um die deutschen Feldlager nicht kippt, zahlt die Bundesrepublik Deutschland Entschädigung an Hinterbliebene. Blutgeld, um Blutrache zu verhindern. Alte afghanische Sitte. Eine halbe Million Dollar sind es allein nach dem Luftangriff auf die Tanklaster. Da gibt es ganz klare Summen, wie viel eine Person wert ist. Frauen sind beispielsweise grundsätzlich die Hälfte wert, wie ein Mann. Kinder auch die Hälfte. Alte, da stuft sich das irgendwie ab. Und das wird natürlich auch hier und da mal kalkulierend eingesetzt. Ich halte es aber dennoch für richtig, es zu tun. Wenn ich Geld bezahlen kann und kann mir dadurch quasi neue Gegner ersparen, dann ist das eine gute Investition. Oberfeldwebel Dominik H. schreibt nach Hause. Am meisten berühren mich die armen Kinder, die in Dreck und Kälte leben und hungern. Täglich verhungern Menschen in Afghanistan. Und man selbst schaut in diese traurigen braunen Augen und kann nichts ändern. In Berlin sorgt die Debatte um den Luftangriff von Kunduz für neues Personal. Minister Jung wechselt erst das Ressort und tritt dann zurück. Sein Nachfolger wird von sich reden machen. Ich schwöre jetzt, so wahr mir Gott helfe. Im Verteidigungsministerium scheint frischer Wind einzuziehen. Karl Theodor zu Guttenberg heißt der neue Polizstar der Republik. Gemeinsam mit der schönen Gattin setzt sich der neue Minister gerne in Szene. Er bricht das bis dahin geltende Tabu und spricht als erster Politiker von Krieg in Afghanistan. Neunmal besucht Guttenberg in anderthalb Jahren Amtszeit die Soldaten am Hindukusch. Er kommt gut an bei der Truppe. Die Kunduz-Affäre beendet der Minister nach Gutsherrenart. Er entlässt seinen Generalinspektör und seinen Staatssekretär, weil die ihn angeblich falsch informiert haben. Beide widersprechen. Am Ende steht Wort gegen Wort. 2. April 2010. Karfreitag. In der Nähe der Taliban-Hochburg Isar-Kiel werden deutsche Fallschirmjäger angegriffen. Ihre Helmkameras bleiben eingeschaltet. Es gibt keine Luftunterstützung. Amerikanische Kampfjets sind zwar in der Luft, doch zu groß scheint die Gefahr, dass es in dem unübersichtlichen Dorfgelände wieder zu zivilen Opfern kommt. Der Angriff ist ungewöhnlich gut vorbereitet. Die mehr als 100 Taliban-Kämpfer wissen genau, wann und wo die Deutschen auftauchen. Sie haben überall in Kunduz und Umgebung unsere Leute. Die melden uns ganz genau, wann die Deutschen ausrücken und in welche Richtung sie fahren. Wir können uns deshalb immer ausreichend vorbereiten, um die Ungläubigen zu vernichten. Auch die Taliban filmen den Hinterhalt vom Karfreitag. Propaganda für angebliche Gotteskrieger, die den Tod im Gefecht als direkten Weg ins Paradies betrachten. Nach stundenlangem Kampf sind drei deutsche Soldaten gefallen. Acht weitere zum Teil schwer verletzt. Zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt. In der befestigten Polizeiwache von Chardare kommt es in der nervösen Stimmung dieses Tages zu einem Zwischenfall, der den gesamten deutschen Einsatz in Afghanistan gefährdet. Bundeswehrsoldaten und eine Einheit der afghanischen Nationalarmee sollen hier gemeinsam die Stellung halten. Irgendwann hat diese afghanische Einheit einen Pick-up losgeschickt, also hier so ein Ford-Pick-up, wo in der Regel vier bis sechs Soldaten hinten drauf sitzen und zwei bis drei Soldaten vorne drin sitzen, um die Verpflegung aus Kunduz zu holen. Zeitgleich hat ein Zug der 2. Infanterie-Kompagnie, die mit sogenannten Schützenpanzer-Mardern ausgestattet sind, den Weg ins südliche Chardare nehmen wollen. Und irgendwann sind sich diese beiden Fahrzeuge begegnet. Dieser Pick-up hat sich auf die Schützenpanzer zubewegt und es wurden wohl sowohl mit Signalpistole als auch mit den Bordwaffen Warnschüsse abgegeben, worauf dieser Pick-up nicht reagiert haben soll. Und irgendwann kam dieser Pick-up so nah dran, dass der Führer vor Ort ein Bedrohungspotenzial erkannte für sich und die Entscheidung getroffen hat, dann Feuer, und zwar wirkendes Feuer, auf dieses Fahrzeug abzugeben. Sechs afghanische Soldaten sterben in ihrem Wagen durch die Geschosse des deutschen Panzers. Die Stimmung schlug sehr stark um und sehr schnell um und die afghanischen Soldaten haben angefangen, ihre Waffen auf meine Soldaten anzulegen. Das war eine schwierige Situation, eine schwierige Entscheidung, ein schwieriger Rat, den ich geben musste. Und der lautete, für mich war klar, ich konnte meinen Soldaten und ich werde meinen Soldaten auch nicht das Recht zur Selbstverteidigung nehmen. Bundeswehr und afghanische Nationalarmee sind eigentlich Verbündete. Doch jetzt wollen die Afghanen Rache nehmen für ihre getöteten Kameraden. Die Afghanen haben die Stellung verlassen, sind beten gegangen, kamen zurück, haben wieder auf meine Soldaten angehalten, haben die Stellung wieder verlassen. Man konnte denen ja nicht verbieten, in die Stellung zu gehen, das ist deren Land. Und somit eskalierte und deeskalierte die Situation innerhalb weniger Stunden ständig. Es war so eine sehr, sehr große Anspannung. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mehr als glücklich war, als dann die afghanischen Kräfte abgezogen sind. Die beinahe Katastrophe wird in Deutschland nicht bekannt. Wäre es zu einem tödlichen Schusswechsel gekommen in der Polizeiwache von Schadaré, hätte das wohl politische Konsequenzen gehabt. Die Trauerfeier für die drei getöteten Fallschirmjäger vom Karfreitag 2010. Deutschland führt einen Krieg, den die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt. Einen Krieg, der Emotionen weckt, Trauer, Mitgefühl und Abscheu vor einem Gegner, der uns fremd ist. Wir sind keine Roboter. Wir sind Soldaten, wir haben eine gewisse Prägung, aber dennoch sind wir Menschen. Und natürlich macht sich so etwas wie Wunsch nach Vergeltung breit. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es kommt aber darauf an, diesem Wunsch nicht unbedingt nachzukommen. Deutsche Soldaten sollen keine Rache üben und sich an die Regeln halten. Sie sollen den Gegner lieber verhaften, als ihn zu töten. Doch angesichts solcher Videos kann das schwer fallen. Die Taliban feiern ihren Sieg vom Karfreitag und jubeln vor zerstörtem deutschen Kriegsgerät. Was löst das aus bei den Soldaten der Bundeswehr? Wenn Sie Kämpfer gegenüberstehen, die nicht als Kämpfer erkennbar sind, die oft, so wird das erlebt, als feige angreifen, die fanatisch sind, die mit Kindern im Arm ins Gefecht gehen, das hinterlässt Spuren bei den Soldaten. Und ich habe so etwas wie Hass gespürt. Da habe ich gedacht, Mann, das ist ja ein Gefühl auf einmal in mir, was mir vorher fremd war. Die Bundeswehr rüstet auf. Hightech-Kanonen für den Kampf gegen die Taliban. Die Panzerhaubitze 2000 kann 40 Kilometer weit schießen. Seit Jahren wünschen sich die Soldaten in Afghanistan schwerere Waffen. Erst nach dem Karfreitag 2010 wird ihr Wunsch erfüllt. Solange wir mit den Realitäten so herumgewurschtelt haben, wie wir es getan haben, war für viele dann auch im politischen Geschäft nicht offensichtlich, dass man für einen Krieg oder für kriegsähnliche Zustände, aber es war ein Krieg, auch entsprechende Waffen brauchte, um unsere Soldaten besser zu schützen, um sie, wenn sie draußen im Feld waren, ihnen auch einen entsprechenden Rückhalt zu geben. Und das wurde lange gefordert und es wurde sehr lange vom Tisch gewischt. Davon habe ich jetzt ein übelst gutes Video gemacht. Die neuen Kanonen verändern das Kräfteverhältnis im Norden Afghanistans. Allerdings nur dort, wo sie stationiert sind. Denn die 50 Tonnen schweren Haubitzen dürfen das Feldlager nicht verlassen. In einem Kreis von 80 Kilometern Durchmesser sind deutsche Patrouillen von nun an besser geschützt. Außerhalb davon haben die Taliban weiter leichtes Spiel. Operation Halmazak. Operation Blitz. Höhepunkt der ersten deutschen Offensive seit dem Zweiten Weltkrieg. Johannes Kler und Tim Focken müssen in diesen Herbsttagen erleben, was Krieg in Afghanistan wirklich bedeutet. Beide sind Mitte 20. Ihr Auftrag lautet, Taliban-Dörfer erobern. Ich selbst war mit meinem Team in der Situation, dass wir einige Wochen zuvor schon relativ nah an dieses Dorf Qadliam herangekommen sind. In das bis dahin Monate, vielleicht sogar Jahre lang, kein deutscher Soldat mehr in den Fuß gesetzt hatte. Und deswegen waren wir auch wieder ganz an der Spitze. Wir sind praktisch in das Dorf eingerückt. Sollten das Dorf dann sichern. Mit Helmkameras und Handys filmen die deutschen Soldaten auch diesen Einsatz. Wann wird der Gegner das Feuer eröffnen? Wir wussten, dass wir in Gefechte geraten würden und wir waren auch schon in einem Gefühl, in einer Anspannung, dass wir wussten, es werden schwere Gefechte werden, weil wir praktisch in ein Wespennest stechen. Ja, wir waren dann oben auf dem Dach und, ja, da gerieten wir dann auch kurze Zeit später unter Feuer. Und wir erwiderten dies und es hat sich dann mit der Zeit immer weiter zugespitzt. Hey! Hey! Oh, fuck! Hast du getroffen? Es ist wahnsinnig laut, dass die Waffen sind unglaublich laut. Ohne Gehörschutz hast du sofort ein Tinnitus im Ohr. Es stinkt natürlich, es stinkt nach verbranntem Schießpulver. Der Staub ist überall aufgewirbelt, der Staub wirbelt durch die Gegend. Höre, mehr nach links! MD nach, laden! Am wohlsten fühlten wir uns, wenn amerikanische Kampfhubschrauber über uns waren. In der Zeit, in den 45 Minuten oder in der Stunde war es einfach mucksmäuschenstill, weil die Feinde wahnsinnige Angst vor diesen Hubschraubern hatten. Das und das Rufen des Moisins waren die einzigen Momente, wo es im Prinzip auf dem Schlachtfeld schlagartig ruhig wurde. Und das dann immer nur für eine bestimmte Zeit. Es war sehr, sehr brenzlig. Am zweiten Tag waren wir so stark unter Beschuss, dass wir alle, die wir da waren, in einer Stellung, in einem Graben lagen. Wir lagen in einem trockenen Wassergraben unter freiem Himmel. Und konnten uns für ein paar Minuten nur noch alle zusammen auf den Boden kauern, in dieser Stellung, weil der Beschuss von allen Seiten so stark in unsere Stellung drang. Unser Nachbartrupp, der hing wieder unter Feindfeuer, konnte den Feind aber nicht vernichten. Und ich habe mich dann als Truppführer praktisch oben von links verschoben, weil ich mit meiner Waffe dann von oben aus dem Dach heraus besser wirken konnte und das Umfeld besser beobachten konnte. Uwe, Uwe, schau mal, beobachten los! Uwe, jetzt war mehr Blick im Bereich von links! Unter Beschuss zu stehen ist komisch. Erst hört man es nur klackern, immer wenn es dann um den Kopf macht, weiß man, es ist nah dran. Und das war eine unfassbar komplexe und belastende Situation. Und die hat mich persönlich auch wahnsinnig in Schrecken versetzt. Es verging nicht lange, da wollte ich gerade mir einen Überblick verschaffen. Und dann hat es mich irgendwie erwischt. Dann lag ich irgendwie auf dem Boden mit dem Kopf. Und dann realisierte ich erst gar nicht, was auf einmal geschehen ist. Und wollte ich irgendwie aufstehen, aber es ging nicht. Ich lag einfach mit dem Kopf da und ich konnte irgendwie nichts machen. Nach ein paar Sekunden, denke ich mal, da habe ich realisiert, was passiert gewesen ist. Ich habe tief durchgeatmet. So verstand ich, dass ich wenigstens keinen Lungentreffer hatte, dass ich eine Chance habe zu überleben. Und ja, und dann kam wie so eine Schmerzexplosion. Das kam dann auf einmal wie so ein Schlag dann in der Schulter und das hat einfach noch wehgetan. Ein Hubschrauber wird angefordert. Kameraden versuchen, die Blutung zu stoppen. Seinen linken Arm wird Tim Focken nie wieder normal bewegen können. Was wir hier gerade machen, wir stecken in der größten Schafsscheiße ever. Feind von allen Seiten, ein Verwundeter und wir müssen die Stellung halten, weil wir die Medivacs, die den Verwundeten abholen, sichern müssen. Das passiert hier gerade. Der erste Landeanflug musste abgebrochen werden, kurz verboten, weil das Feindfeuer an Stärke zugenommen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und noch eine weitere Gefahrenstelle von der Stromleitung, die war da auch noch irgendwie, und dann musste der abbrechen und ist dann so wieder abgeflogen halt. Ja, da habe ich gedacht, jetzt ist es eh vorbei. Ich habe eigentlich schon irgendwie so ein bisschen abgeschlossen damit gehabt, weil ich auch jetzt nicht genau wusste, was jetzt hier mit mir ist. Und dann kam auf einmal, ich war in meiner Gedankenwelt eigentlich ganz woanders, bei meiner Frau, bei meinem Kind, bei meiner Familie, und dann hat mich der Dock da irgendwie rausgerissen aus meiner Welt zu diesem Zeitpunkt. Der zweite Anflug gelingt. Tim Focken kommt ins Lazarett. Die Schlacht um Quatliam endet mit einer Überraschung. Der Gegner ist plötzlich weg. Nachdem wir vier Tage lang unter Beschuss waren, von morgens bis abends, nachdem wir vier Tage lang im Dreck gehaust haben, nachdem wir vier Tage lang kaum geschlafen hatten, kam irgendwann ein Funkspruch, der afghanische Geheimdienst meldet, im ganzen südlichen Distrikt Scharadarach, alle Aufständischen sind tot, geflohen oder übergelaufen. Und da haben wir in unserem Graben gesessen, wussten erstmal gar nicht, wie wir reagieren sollten. Und das allererste Mal haben wir uns gefühlt wie Sieger auf dem Schlachtfeld. Ein Gefühl, das ich bis heute nicht vergessen kann. Wir haben uns in unglaublicher Euphorie befunden. Wir standen dort, wussten eigentlich gar nicht so richtig, was wir denken sollten. Aber wir hatten ein Ziel erreicht. Wir hatten etwas erreicht. Und es war tatsächlich so, in den drei Monaten danach konnten wir in all die Dörfer gehen in diesem Distrikt, in die wir vorher monatelang keinen Zugriff hatten, weil die Aufständischen weg waren. Als wir am sechsten Tag endlich abgelöst worden sind und durch das Dorf zurückgegangen sind zu unseren Fahrzeugen, haben die Menschen am Straßenrand gestanden und haben uns zugejubelt, haben uns zugewinkt. Ich habe sowas noch nicht vorher erlebt. Zwei Monate später in Washington. Tim Focken ist dabei, als der amerikanische Rettungssanitäter Peter Woken geirrt wird. Für seinen Einsatz in jenem Hubschrauber, der Focken das Leben rettet. Man ist unheimlich dankbar. Das kann man nicht beschreiben. Ich habe so eine Erfahrung ja vorher noch nie so gemacht. Aber da ging es diesmal um mein Leben. Und da hat jemand anders sein gemuskiert, um mein Leben zu retten. Die Amerikaner sind ständig präsent auf dem Flugplatz von Kunduz. Nicht nur, um zu retten. US-Spezialeinheiten machen Jagd auf Taliban. Mitten im deutschen Befehlsgebiet. Die Amerikaner kamen mit Hubschraubern ins Gebiet reingeflogen, haben vielleicht ein paar Stunden, manchmal nur eine Stunde vorher durchgefunkt, dass sie jetzt kommen und wir bitte aus dem Weg gehen sollen. Und das war es dann. Und dann haben sie ihre Operationen durchgeführt. Die nächtlichen Einsätze zielen auf Aufständische, die auf sogenannten Kill-Capture-Listen stehen. Töten oder Gefangenen. Auch die Bundeswehr setzt Namen auf diese Liste. Die Special Forces dezimieren die Führung der Taliban, doch oft fallen ihnen auch Unbeteiligte zum Opfer. Der deutsche Hauptmann Bastian K. schreibt nach Hause. Wir haben zwei Kinder auf der Straße gesehen, vielleicht zwischen neun und elf Jahre alt. Wir wollten beiden einen Bleistift schenken. Aber diese beiden gaben uns die Stifte sofort wieder. Sie wussten nicht, was das ist, ein Bleistift. Der 18. Februar 2011. Konstantin Menz aus Waldrems in Schwaben ist 21, als er seinen Eltern erklärt, dass er nach Afghanistan geht. Man hat sich noch genauer informiert, denke ich, wir alle. Man hat bis zuletzt mit ihm natürlich drüber geredet. Ist es das? Kannst du das? Möchtest du das? Möchtest du doch noch entscheiden, was anderes zu machen? Aber als seine Entscheidung klar war, war es für uns selbstverständlich, dass wir das akzeptieren. Konstantin Menz kommt als Panzergrenadier ins OP North. Ein besonders unwirtliches Lager der Bundeswehr, rund 100 Kilometer nördlich von Kunduz. Die Soldaten leben hier auf engstem Raum in einfachen Zelten. Konstantin meldet sich regelmäßig bei der Familie zu Hause. Also ich glaube, er hat relativ ehrlich beschrieben, was war. Aber er hatte nicht das große Problem mit manchen Bedingungen, die andere dort unten hatten. Er hat schon erzählt, dass es sehr einfach ist, wie die Duschen sind, wie weit man hinläuft. Und dass man eben manchmal nur eine Flasche Wasser zum Duschen hat. Aber ich hatte das Gefühl, er kommt damit klar. Am 18. Februar 2011 hat Konstantin Menz noch zwei Wochen Dienst in Afghanistan vor sich. Dann soll er zurück in die Heimat fliegen. Am Vormittag ist Routinedienst befohlen, die Wartung der Marderpanzer. Im OP North gibt es dafür keine Halle, keine Werkstatt. Die Soldaten müssen im Freien an ihren Panzern arbeiten. Ein afghanischer Soldat, der ist wohl von seinem Wachposten quasi abgelöst worden, in die Pause gegangen. Und auf dem Weg in seine Pause ist er an einer Gruppe deutscher Soldaten vorbeigegangen, die gerade an ihrem Schützenpanzer Marder Kettenpolster ausgetauscht haben. Dann hat er seine Waffe, sein Sturmgewehr durchgeladen und auf die Gruppe geschossen. Ich habe erfahren, dass es einen Anschlag gab aus dem Radio im Auto. Habe aber dann gehört, es ist ein 30-Jähriger gefallen. Und dann atmet man erst mal auf und denkt, na gut, alles gut gegangen. Und war dann zu Hause und eine Stunde später oder so klingelte es dann an der Tür. Und ja, dann war es klar. Ein Offizier und ein Seelsorger überbringen die Nachricht. Man weiß es sofort. Also man glaubt es doch. Also bei mir war es zumindest so. Also sie mussten gar nicht mehr viel sagen. Ich wusste sofort, warum die da sind. Sind auch geblieben, bis der Rest der Familie da war, dass man das denen dann noch sagen konnte. Der Attentäter tötet drei deutsche Soldaten, bevor er selbst erschossen wird. Ein Fanatiker? Oder auch ein Opfer? Das Interesse ist bei mir, glaube ich, einfach das Größte, was da wäre. Ich wüsste einfach gerne mehr über ihn. Ich denke, was bewegt einen jungen Menschen, der 19 Jahre ist, dazu sowas zu tun. Sayed Afzal, der Attentäter, hat wohl seit Monaten noch für eine günstige Gelegenheit gelauert. Ich denke, er war einfach, es war Pech, Zufall. Die Frage bringt er nicht weiter, die braucht man sich nicht stellen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass das Verhältnis zwischen der Bundeswehr und den afghanischen Partnern auf die Probe gestellt wird. In den deutschen Lagern werden afghanische Soldaten und Polizisten ohne scharfe Waffen ausgebildet. Von Ausbildern mit scharfen Waffen. Also das Vertrauen war zerstört. Im ersten Moment war erstmal auch eine unheimliche, ja quasi Wut auf den afghanischen Partner da, wo man also wirklich sich zurücknehmen musste. In Deutschland findet der Anschlag vom OP Nord wenig Beachtung, denn der Verteidigungsminister sorgt selbst für Schlagzeilen. Karl Theodor zu Guttenberg muss zurücktreten, nicht wegen Afghanistan, sondern weil er abgeschrieben hat bei seiner Doktorarbeit. Der tiefe Sturz eines Mannes, der schon als kommender Kanzler gehandelt wurde. In der Bundeswehr bedauern viele den Rücktritt des forschen Freiherrn. Sein Nachfolger wird Thomas de Maizière, der Sohn des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers und späteren Generals der Bundeswehr Ulrich de Maizière. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder Kriegsveteranen in Deutschland. Tausende sind für immer gezeichnet, verletzt an Leib und Seele. Oft dauert es Wochen oder Monate, bis die Heimkehrer merken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich zu Hause ankomme. Das waren so die ersten Zeichen. Wie soll ich das beschreiben? So die Alltagsprobleme, die geschildert werden von anderen Leuten, die sie halt im Inland haben oder hatten. Da denkt man sich dann teilweise, mein Gott, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Ich habe Sachen gesehen, die werdet ihr niemals verstehen können. Die Erinnerungen an Afghanistan kommen ganz plötzlich. Im Supermarkt. Im Kino. Oder nachts. Im Traum. Ich hatte das Gefühl, ich bin wach und wollte meine Freundin wecken in dem Moment. Und greife rüber und will sie wecken. Und in dem Moment habe ich halt diesen Leichnam neben mir liegen, diesen toten Körper. Und habe sofort die Geruchsbelastung. War sofort wieder da. Und ziehe diese Leiche zu mir rüber. Und dann bin ich halt wach geworden. Und das schreckt. Und das war für mich eigentlich der Tiefpunkt. PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Sie kann bis zur Selbsttötung führen. In einer Männergesellschaft wie der Bundeswehr haben es die Betroffenen schwer. Der erste Weg ist eigentlich, der fängt im Kopf an. Also man muss sich selber eingestehen, dass mit einem was nicht in Ordnung ist. Dass man sich Hilfe suchen muss, sich Hilfe annehmen muss. Und sich selber eingestehen muss, dass das keine Schwäche ist. Sondern wirklich eine Krankheit, wie jede andere auch. Der Bund Deutscher Veteranen schätzt, dass 20.000 Bundeswehrsoldaten traumatisiert aus dem Einsatz zurückgekommen sind. Im Ersten Weltkrieg gab es die Kriegszitterer, die in den Schützengräben saßen. Und aufgrund der hohen lebensbedrohlichen Belastung am ganzen Körper vor sich hingezittert haben. Da spielte, glaube ich, eine große Rolle, dass die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Möglichkeit, Stress durch Aktionen abzubauen, nur sehr eingeschränkt möglich war, wenn man tagelang im Granatfeuer ausharren musste. Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise war das anders. Das war ja im Vergleich zum Ersten eher ein Bewegungskrieg, wo oft in kurzer Zeit große Distanzen überwunden wurden. Und da traten interessanterweise die Kriegszitterer kaum auf. Sondern stattdessen, wenn Sie so wollen, gab es als Stressreaktion massenhaft Magenerkrankungen, sodass also zwischenzeitlich Magenerkrankte in eigenen Magenbataillonen zusammengefasst wurden. Psychische Probleme bei Veteranen haben nach Ansicht von Experten auch mit der Situation in der Heimat zu tun. Die Soldaten spüren kaum Rückhalt. Wenn man sich überlegt, wie amerikanische Soldaten auf ihren Flugplätzen im Inland begrüßt werden, wenn sie in Uniform aus dem Flugzeug steigen, stehen normale Bürger als Touristen am Gate, am Flugsteig und applaudieren. Und sagen, danke für deinen Dienst, rufen das einfach wildfremden Soldaten zu. In Deutschland passiert es, wenn ein Afghanistan-Veteran zurückkehrt und sich am Bahnhof in seiner Uniform zeigt, dass er angespuckt wird. Nach zwei Weltkriegen ist das Verhältnis vieler Deutscher zum Militär noch immer gespalten. Störungen von Gelöbnissen gehören lange zur Tagesordnung. Die Friedensbewegung der 80er Jahre hat eine ganze Generation geprägt. Umfragen zufolge hält eine deutliche Mehrheit der Deutschen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan für falsch. Der Minister wirbt um Verständnis. Wir haben wieder Witwen von gefallenen Soldaten. Wir haben Soldaten mit amputierten Beinen. Wir haben traumatisierte Soldaten. Das ist schwer für die Bevölkerung zu verstehen. Dennoch, dieser Einsatz in Afghanistan hat die Wertschätzung für Soldaten, auch für das, was sie hier leisten, gesteigert und nicht vermindert. Das können Sie daran sehen, dass ganz viele, die vielleicht den Einsatz in Afghanistan ablehnen, aus Gründen, die ich nicht teile, aber die ich verstehe, das, was die Soldaten tun, respektieren. Oberstleutnant Hermann W. schreibt nach Hause. Das Leben der einfachen Leute wird nur ganz langsam besser. Es gehen zwar sechs Millionen Kinder zur Schule, aber unsere bärtigen Gegner zünden immer noch Schulhäuser an, wenn dort Mädchen unterrichtet werden. Die Bundeswehr packt ein. Mehr als 40.000 Tonnen Material und 1.200 Fahrzeuge müssen zurück in die Heimat. Ein Rückzug ohne Sieg. Wie es weitergeht in Afghanistan, weiß niemand. Man will diesen Konflikt nicht länger finanzieren. Man will seine Soldaten nicht länger in Afghanistan riskieren. Und zieht ab, obwohl man weiß, obwohl alle Strategen wissen, dass einige Jahre mehr diesem Land genützt hätten. Man geht zu früh raus, bevor dieses Land endgültig stabilisiert ist. Man hat viele Vorteile, man hat viele Erfolge in Afghanistan gehabt, militärisch. Die Taliban waren in Nordafghanistan 2011 praktisch bedeutungslos. Jetzt zieht man ab, die Taliban kommen zurück. Und die Sache dreht sich im Kreis. 90 Prozent des weltweit konsumierten Heroins wird auf afghanischen Feldern angebaut. Trotz all der NATO-Truppen im Land. Eines von vielen ungelösten Problemen, die der Westen und die Bundeswehr hinterlassen. Ich meine, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir ein einigermaßen stabilisiertes Afghanistan erreichen, in vielen Jahren, die wir noch da zu gehen haben, in der Form stabilisiert, dass von Afghanistan keine internationale Gefahr mehr ausgeht. Aber es werden sich in Afghanistan jene untereinander weiterhin die Köpfe einschlagen, die das über Jahrhunderte getan haben. Und man muss nur darauf achten, dass von Afghanistan nicht wieder ein Herd entsteht, der eine Gefährdung für andere Gesellschaften bedeutet. War es das wert? Wenn sie Angehörigen gegenüberstehen und einer Mutter, deren Sohn gefallen ist, und die fragt sie, ist dieses Opfer, ist das sinnvoll gewesen, dass mein Sohn gestorben ist? Also, ich habe erst mal geschwiegen. Sie kamen, um Mädchenschulen zu bauen und Brunnen zu bohren. Doch die Wirklichkeit war der Krieg. Sie haben Fehler gemacht und mussten daraus lernen. Töten und getötet werden für die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt dieses Wort vom Brunnenbohrer, der also Entwicklungshilfe leistet. Das ist auch nicht gering zu schätzen. Das ist Teil unseres vernetzten Einsatzes. Aber zuweilen in einer Situation wie hier, gehört auch das Gefecht, der Kampf dazu. Oder um es so ernst zu sagen, wie es nur irgend geht, das Töten und das Sterben. Und das musste die Bundeswehr hier lernen. Das hat ihr international Respekt verschafft. Das hat uns an Gräber von gefallenen Soldaten geführt. Das hat den Einsatz mitten in die deutschen Wohnzimmer gebracht. 54 deutsche Soldaten sind bislang gestorben am Hindukusch. Ob der Einsatz sinnvoll war, wird die Zukunft zeigen. Die Zukunft von Afghanistan. Das hat das, was er geschrieben hat bei seiner Doktorarbeit. Der tiefe Sturz eines Mannes, der schon als kommender Kanzler gehandelt wurde. In der Bundeswehr bedauern viele den Rücktritt des forschen Freiern. Sein Nachfolger wird Thomas de Maizière, der Sohn des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers und späteren Generals der Bundeswehr Ulrich de Maizière. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder Kriegsveteranen in Deutschland. Tausende sind für immer gezeichnet, verletzt an Leib und Seele. Oft dauert es Wochen oder Monate, bis die Heimkehrer merken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich zu Hause ankomme. Das waren so die ersten Zeichen. Wie soll ich das beschreiben? Sollt ihr Alltagsprobleme, die geschildert werden von anderen Leuten, die sie halt im Inland haben oder hatten, da denkt man sich dann teilweise, mein Gott, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Ich habe Sachen gesehen, die werdet ihr niemals verstehen können. Die Erinnerungen an Afghanistan kommen ganz plötzlich. Im Supermarkt. Im Kino. Oder nachts. Im Traum. Ich hatte das Gefühl, ich bin wach und wollte meine Freundin wecken in dem Moment und greife rüber und will sie wecken. Und in dem Moment habe ich halt diesen Leichnam neben mir liegen, diesen toten Körper und habe sofort die Geruchsbelastung. War sofort wieder da und ziehe diese Leiche zu mir rüber. Und dann bin ich halt wach geworden und erschreckt. Und das war für mich eigentlich der Tiefpunkt. PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Sie kann bis zur Selbsttötung führen. In einer Männergesellschaft wie der Bundeswehr haben es die Betroffenen schwer. Der erste Weg ist eigentlich, der fängt im Kopf an. Also man muss sich selber eingestehen, dass mit einem was nicht in Ordnung ist. Dass man sich Hilfe suchen muss, sich Hilfe annehmen muss. Und sich selber eingestehen muss, dass das keine Schwäche ist. Sondern wirklich eine Krankheit wie jede andere auch. Der Bund Deutscher Veteranen schätzt, dass 20.000 Bundeswehrsoldaten traumatisiert aus dem Einsatz zurückgekommen sind. Im Ersten Weltkrieg gab es die Kriegszitterer, die in den Schützengräben saßen und aufgrund der hohen lebensbedrohlichen Belastung am ganzen Körper vor sich hingezittert haben. Da spielte, glaube ich, eine große Rolle, dass die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Möglichkeit, Stress durch Aktion abzubauen. Für sich. Und die Entscheidung getroffen hat, dann Feuer, und zwar wirkendes Feuer auf dieses Fahrzeug, abzugeben. Sechs afghanische Soldaten sterben in ihrem Wagen durch die Geschosse des deutschen Panzers. Die Stimmung schlug sehr stark um und sehr schnell um. Und die afghanischen Soldaten haben angefangen, ihre Waffen auf meine Soldaten anzulegen. Das war eine schwierige Situation, eine schwierige Entscheidung, ein schwieriger Rat, den ich geben musste. Und der lautete, dass, oder für mich war klar, ich konnte meinen Soldaten, und ich werde meinen Soldaten auch nicht, das Recht zur Selbstverteidigung nehmen. Bundeswehr und afghanische Nationalarmee sind eigentlich Verbündete. Doch jetzt wollen die Afghanen Rache nehmen für ihre getöteten Kameraden. Die Afghanen haben die Stellung verlassen, sind beten gegangen, kamen zurück, haben wieder auf meine Soldaten angehalten, haben die Stellung wieder verlassen. Man konnte denen ja nicht verbieten, in die Stellung zu gehen, das ist deren Land. Und somit eskalierte und deeskalierte die Situation innerhalb weniger Stunden ständig. Es war also eine sehr, sehr große Anspannung. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mehr als glücklich war, als dann die afghanischen Kräfte abgezogen sind. Die beinahe Katastrophe wird in Deutschland nicht bekannt. Wäre es zu einem tödlichen Schusswechsel gekommen in der Polizeiwache von Chardare, hätte das wohl politische Konsequenzen gehabt. In Afghanistan und in Berlin. Die Trauerfeuer für die drei getöteten Fallschirmjäger vom Karfreitag 2010. Deutschland führt einen Krieg, den die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt. Einen Krieg, der Emotionen weckt, Trauer, Mitgefühl. Und Abscheu vor einem Gegner, der uns fremd ist. Wir sind keine Roboter. Wir sind Soldaten, wir haben eine gewisse Prägung. Aber dennoch sind wir Menschen. Und natürlich macht sich so etwas wie Wunsch nach Vergeltung breit. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es kommt aber darauf an, diesem Wunsch nicht unbedingt nachzukommen. Deutsche Soldaten sollen keine Rache üben und sich an die Regeln halten. Sie sollen den Gegner lieber verhaften, als ihn zu töten. Doch angesichts solcher Videos kann das schwer fallen. Die Taliban feiern ihren Sieg vom Karfreitag und jubeln vor zerstörtem deutschen Kriegsgerät. Was löst das aus bei den Soldaten der Bundesrepublik? Ich wusste sofort, warum die da sind. Die sind auch geblieben, bis der Rest der Familie da war, dass man das denen dann noch sagen konnte. Und doch. Der Attentäter tötet drei deutsche Soldaten, bevor er selbst erschossen wird. Ein Fanatiker? Oder auch ein Opfer? Das Interesse ist bei mir, glaube ich, einfach das Größte, was da wäre. Ich wüsste einfach gerne mehr über ihn, ja? Ich denke, was bewegt einen jungen Menschen, der 19 Jahre ist, dazu, so etwas zu tun? Sayed Afzal, der Attentäter, hat wohl seit Monaten noch für eine günstige Gelegenheit gelauert. Ich denke, er war einfach, es war Pech, Zufall. Die Frage bringt er nicht weiter, die braucht man sich nicht stellen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass das Verhältnis zwischen der Bundeswehr und den afghanischen Partnern auf die Probe gestellt wird. In den deutschen Lagern werden afghanische Soldaten und Polizisten ohne scharfe Waffen ausgebildet. Von Ausbildern mit scharfen Waffen. Also das Vertrauen war zerstört. Im ersten Moment war erstmal auch eine unheimliche, ja quasi Wut auf den afghanischen Partner da, wo man also wirklich sich zurücknehmen musste. In Deutschland findet der Anschlag vom OP North wenig Beachtung, denn der Verteidigungsminister sorgt selbst für Schlagzeilen. Karl Theodor zu Guttenberg muss zurücktreten, nicht wegen Afghanistan, sondern weil er abgeschrieben hat bei seiner Doktorarbeit. Der tiefe Stürz eines Mannes, der schon als kommender Kanzler gehandelt wurde. In der Bundeswehr bedauern viele den Rücktritt des forschen Freiern. Sein Nachfolger wird Thomas de Maizière, der Sohn des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers und späteren Generals der Bundeswehr Ulrich de Maizière. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder Kriegsveteranen in Deutschland. Tausende sind für immer gezeichnet, verletzt an Leib und Seele. Oft dauert es Wochen oder Monate, bis die Heimkehrer merken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich zu Hause ankomme. Das waren so die ersten Zeichen. Wie soll ich das beschreiben? Die Stimmung schlug sehr stark um und sehr schnell um. Und die afghanischen Soldaten haben angefangen, ihre Waffen auf meine Soldaten anzulegen. Das war eine schwierige Situation, eine schwierige Entscheidung, ein schwieriger Rat, den ich geben musste. Und er lautete, für mich war klar, ich konnte meinen Soldaten und ich werde meinen Soldaten auch nicht, das Recht zur Selbstverteidigung nehmen. Bundeswehr und afghanische Nationalarmee sind eigentlich Verbündete. Doch jetzt wollen die Afghanen Rache nehmen für ihre getöteten Kameraden. Die Afghanen haben die Stellung verlassen, sind beten gegangen, kamen zurück, haben wieder auf meine Soldaten angehalten, haben die Stellung wieder verlassen. Man konnte denen ja nicht verbieten, in die Stellung zu gehen, das ist deren Land. Und somit eskalierte und deeskalierte die Situation innerhalb weniger Stunden ständig. Es war so eine sehr, sehr große Anspannung und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mehr als glücklich war, als dann die afghanischen Kräfte abgezogen sind. Die beinahe Katastrophe wird in Deutschland nicht bekannt. Wäre es zu einem tödlichen Schusswechsel gekommen in der Polizeiwache von Chardare, hätte das wohl politische Konsequenzen gehabt. In Afghanistan und in Berlin. Die Trauerfeier für die drei getöteten Fallschirmjäger vom Karfreitag 2010. Deutschland führt einen Krieg, den die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt. Einen Krieg, der Emotionen weckt, Trauer, Mitgefühl und Abscheu vor einem Gegner, der uns fremd ist. Wir sind keine Roboter. Wir sind Soldaten, wir haben eine gewisse Prägung, aber dennoch sind wir Menschen. Und natürlich macht sich so etwas wie Wunsch nach Vergeltung breit. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es kommt aber darauf an, diesem Wunsch nicht unbedingt nachzukommen. Deutsche Soldaten sollen keine Rache üben und sich an die Regeln halten. Sie sollen den Gegner lieber verhaften, als ihn zu töten. Doch angesichts solcher Videos kann das schwer fallen. Die Taliban feiern ihren Sieg vom Karfreitag und jubeln vor zerstörtem deutschen Kriegsgerät. Was löst das aus bei den Soldaten der Bundeswehr? Wenn Sie Kämpfer gegenüberstehen, die nicht als Kämpfer erkennbar sind, die oft, so wird das erlebt, als Feige angreifen, die fanatisch sind, die mit Kindern im Arm ins Gefecht gehen. Der erste Weg ist eigentlich, der fängt im Kopf an. Also man muss sich selber eingestehen, dass mit einem was nicht in Ordnung ist, dass man sich Hilfe suchen muss, sich Hilfe annehmen muss und sich selber eingestehen muss, dass das keine Schwäche ist. Sondern wirklich eine Krankheit, wie jede andere auch. Der Bund deutscher Veteranen schätzt, dass 20.000 Bundeswehrsoldaten traumatisiert aus dem Einsatz zurückgekommen sind. Im Ersten Weltkrieg gab es die Kriegszitterer, die in den Schützengräben saßen und aufgrund der hohen lebensbedrohlichen Belastung am ganzen Körper vor sich hingezittert haben. Da spielte, glaube ich, eine große Rolle, dass die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Möglichkeit, Stress durch Aktionen abzubauen, nur sehr eingeschränkt möglich war, wenn man tagelang im Granatfeuer ausharren musste. Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise war das anders. Das war ja im Vergleich zum Ersten eher ein Bewegungskrieg, wo oft in kurzer Zeit große Distanzen überwunden wurden. Und da traten interessanterweise die Kriegszitterer kaum auf. Sondern stattdessen, wenn Sie so wollen, gab es als Stressreaktion massenhaft Magenerkrankungen, sodass also zwischenzeitlich Magenerkrankte in eigenen Magenbataillonen zusammengefasst wurden. Psychische Probleme bei Veteranen haben nach Ansicht von Experten auch mit der Situation in der Heimat zu tun. Die Soldaten spüren kaum Rückhalt. Wenn man sich überlegt, wie amerikanische Soldaten auf ihren Flugplätzen im Inland begrüßt werden, wenn sie in Uniform aus dem Flugzeug steigen, stehen normale Bürger als Touristen am Gate, am Flugsteig und applaudieren und sagen, danke für deinen Dienst. Rufen das einfach wildfremden Soldaten zu. In Deutschland passiert das, wenn ein Afghanistan-Veteran zurückkehrt und sich am Bahnhof in seiner Uniform zeigt, dass er angespuckt wird. Nach zwei Weltkriegen ist das Verhältnis vieler Deutscher zum Militär noch immer gespalten. Störungen von Gelöbnissen gehören lange zur Tagesordnung. Die Friedensbewegung der 80er Jahre hat eine ganze Generation geprägt. Umfragen zufolge hält eine deutliche Mehrheit der Deutschen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan für falsch. Der Minister wirbt um Verständnis. Wir haben wieder Witwen von gefallenen Soldaten. Wir haben Soldaten mit amputierten Beinen. Wir haben traumatisierte Soldaten. Das ist schwer für die Bevölkerung zu verstehen. Dennoch, dieser Einsatz in Afghanistan hat die Wertschätzung für Soldaten, auch für das, was sie hier leisten, gesteigert und nicht vermindert. Das können Sie daran sehen, dass ganz viele, die vielleicht den Einsatz in Afghanistan ablehnen, aus Gründen, die ich nicht teile, aber die ich verstehe, das, was die Soldaten tun, respektieren. Oberstleutnant Hermann W. Wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Wir werden so lange kämpfen, bis die Deutschen von unserer heiligen Erde verschwunden sind. So lange, bis sie sich zurückziehen müssen, wie damals die Russen. Mit Allas Hilfe werden wir die Deutschen besiegen. Und sie sind ja schon fast besiegt. Noch höher als die Zahl der getöteten Taliban sind die Opfer unter der Zivilbevölkerung. Damit die Stimmung rund um die deutschen Feldlager nicht kippt, zahlt die Bundesrepublik Deutschland Entschädigung an Hinterbliebene. Blutgeld, um Blutrache zu verhindern. Alte afghanische Sitte. Eine halbe Million Dollar sind das allein nach dem Luftangriff auf die Tanklaster. Da gibt es ganz klare Summen, wie viel eine Person wert ist. Frauen sind beispielsweise grundsätzlich die Hälfte wert, wie ein Mann. Kinder auch die Hälfte. Alte, da stuft sich das irgendwie ab. Und das wird natürlich auch hier und da mal kalkulierend eingesetzt. Ich halte es aber dennoch für richtig, es zu tun. Wenn ich Geld bezahlen kann und kann mir dadurch quasi neue Gegner ersparen, dann ist das eine gute Investition. Oberfeldwebel Dominik H. schreibt nach Hause. In Berlin sorgt die Debatte um den Luftangriff von Kunduz für neues Personal. Minister Jung wechselt erst das Ressort und tritt dann zurück. Sein Nachfolger wird von sich Reden machen. Ich schwöre jetzt, so wahr mir Gott helfe. Im Verteidigungsministerium scheint frischer Wind einzuziehen. Karl Theodor zu Guttenberg heißt der neue Polizistar der Republik. Gemeinsam mit der schönen Gattin setzt sich der neue Minister gerne in Szene. Er bricht das bis dahin geltende Tabu und spricht als erster Politiker von Krieg in Afghanistan. Neunmal besucht Guttenberg in anderthalb Jahren Amtszeit die Soldaten am Hindukusch. Er kommt gut an bei der Truppe. Die Kunduz-Affäre beendet der Minister nach Gutsherrenart. Er entlässt seinen Generalinspekteur und seinen Staatssekretär, weil die ihn angeblich falsch informiert haben. Beide widersprechen. Am Ende steht Wort gegen Wort. 2. April 2010. Karfreitag. In der Nähe der Taliban-Hochburg Isar-Kiel werden deutsche Fallschirmjäger angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt und noch eine weitere Gefahrenstelle von der Stromleitung, die war da auch noch irgendwie. Und dann musste der abbrechen und ist dann so wieder abgeflogen halt. Dann habe ich gedacht, es ist eh vorbei. Ich habe eigentlich schon irgendwie so ein bisschen abgeschlossen damit gehabt, weil ich auch jetzt nicht genau wusste, was jetzt mit mir ist. Und dann kam auf einmal, ich war in meiner Gedankenwelt eigentlich ganz woanders, bei meiner Frau, bei meinem Kind, bei meiner Familie. Und dann hat mich der Dock da irgendwie rausgerissen aus meiner Welt zu diesem Zeitpunkt. Der zweite Anflug gelingt. Tim Focken kommt ins Lazarett. Die Schlacht um Quatliam endet mit einer Überraschung. Der Gegner ist plötzlich weg. Nachdem wir vier Tage lang unter Beschuss waren, von morgens bis abends, nachdem wir vier Tage lang im Dreck gehaust haben, nachdem wir vier Tage lang kaum geschlafen hatten, kam irgendwann ein Funkspruch. Der afghanische Geheimdienst meldet, im ganzen südlichen Distrikt Scharadarach, alle Aufständischen sind tot, geflohen oder übergelaufen. Und da haben wir in unserem Graben gesessen, wussten erst mal gar nicht, wie wir reagieren sollten. Und das allererste Mal haben wir uns gefühlt wie Sieger auf dem Schlachtfeld. Ein Gefühl, das ich bis heute nicht vergessen kann. Wir haben uns in unglaublicher Euphorie befunden. Wir standen dort, wussten eigentlich gar nicht so richtig, was wir denken sollten. Aber wir hatten ein Ziel erreicht. Wir hatten etwas erreicht. Und es war tatsächlich so, in den drei Monaten danach konnten wir in all die Dörfer gehen in diesem Distrikt, in die wir vorher monatelang keinen Zugriff hatten, weil die Aufständischen weg waren. Als wir am sechsten Tag endlich abgelöst worden sind und durch das Dorf zurückgegangen sind zu unseren Fahrzeugen, haben die Menschen am Straßenrand gestanden und haben uns zugejubelt, haben uns zugewinkt. Ich habe sowas noch nicht vorher erlebt. Zwei Monate später in Washington. Tim Focken ist dabei, als der amerikanische Rettungssanitäter Peter Woken geirrt wird, für seinen Einsatz in jenem Hubschrauber, der Focken das Leben rettet. Man ist unheimlich dankbar. Das kann man nicht beschreiben. Ich habe so eine Erfahrung ja vorher noch nie so gemacht. Aber da ging es diesmal um mein Leben und da hat jemand anders sein Leben riskiert, um mein Leben zu retten. Die Amerikaner sind ständig präsent auf dem Flugplatz von Kunduz. Nicht nur, um zu retten. US-Patienten greift rüber und will sie wecken. Und in dem Moment habe ich halt diesen Leichnam neben mir liegen, diesen toten Körper und habe sofort die Geruchsbelastung. War sofort wieder da und ziehe diese Leiche zu mir rüber. Und dann bin ich halt wach geworden und erschreckt. Und das war für mich eigentlich der Tiefpunkt. PT-BS. Posttraumatische Belastungsstörung. Sie kann bis zur Selbsttötung führen. In einer Männergesellschaft wie der Bundeswehr haben es die Betroffenen schwer. Der erste Weg ist eigentlich, der fängt im Kopf an. Also man muss sich selber eingestehen, dass mit einem was nicht in Ordnung ist. Dass man sich Hilfe suchen muss, sich Hilfe annehmen muss und sich selber eingestehen muss, dass das keine Schwäche ist. Sondern wirklich eine Krankheit, wie jede andere auch. Der Bund deutscher Veteranen schätzt, dass 20.000 Bundeswehrsoldaten traumatisiert aus dem Einsatz zurückgekommen sind. Im Ersten Weltkrieg gab es die Kriegszitterer, die in den Schützengräben saßen und aufgrund der hohen lebensbedrohlichen Belastung am ganzen Körper vor sich hingezittert haben. Da spielte, glaube ich, eine große Rolle, dass die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Möglichkeit, Stress durch Aktionen abzubauen, nur sehr eingeschränkt möglich war, wenn man tagelang im Granatfeuer ausharren musste. Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise war das anders. Das war ja im Vergleich zum Ersten eher ein Bewegungskrieg, wo oft in kurzer Zeit große Distanzen überwunden wurden. Und da traten interessanterweise die Kriegszitterer kaum auf. Sondern stattdessen, wenn Sie so wollen, gab es als Stressreaktion massenhaft Magenerkrankungen, sodass also zwischenzeitlich Magenerkrankte in eigenen Magenbataillonen zusammengefasst wurden. Psychische Probleme bei Veteranen haben nach Ansicht von Experten auch mit der Situation in der Heimat zu tun. Wenn man sich überlegt, wie amerikanische Soldaten auf ihren Flugplätzen im Inland begrüßt werden, wenn sie in Uniform aus dem Flugzeug steigen, stehen normale Bürger als Touristen am Gate, am Flugsteig und applaudieren. Und sagen, danke für deinen Dienst, rufen das einfach wildfremden Soldaten zu. In Deutschland passiert es, wenn ein Afghanistan-Veteran zurückkehrt und sich am Bahnhof in seiner Uniform zeigt, dass er angespuckt wird. Nach zwei Weltkriegen ist das Verhältnis vieler Deutscher zum Militär noch immer gespalten. Störungen von Gelöbnissen gehören lange zur Tagesordnung. Die Friedensbewegung der 80er Jahre hat eine ganze Generation geprägt. Umfragen zufolge hält eine deutliche Mehrheit der Deutschen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan für falsch. Der Minister wirbt um Verständnis. Wir haben wieder Witwen von Gefahr. Auch die Taliban filmen den Hinterhalt vom Karfreitag. Propaganda für angebliche Gotteskrieger, die den Tod im Gefecht als direkten Weg ins Paradies betrachten. Nach stundenlangem Kampf sind drei deutsche Soldaten gefallen. Acht weitere zum Teil schwer verletzt. Zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt. In der befestigten Polizeiwache von Shardar Reh kommt es in der nervösen Stimmung dieses Tages zu einem Zwischenfall, der den gesamten deutschen Einsatz in Afghanistan gefährdet. Bundeswehrsoldaten und eine Einheit der afghanischen Nationalarmee sollen hier gemeinsam die Stellung halten. Irgendwann hat diese afghanische Einheit einen Pickup losgeschickt, also hier so ein Ford-Pickup, wo in der Regel vier bis sechs Soldaten hinten drauf sitzen und zwei bis drei Soldaten vorne drin sitzen, um die Verpflegung aus Kunduz zu holen. Zeitgleich hat ein Zug der 2. Infanteriekompanie, die mit sogenannten Schützenpanzermardern ausgestattet sind, den Weg ins südliche Shardar Reh nehmen wollen. Und irgendwann sind sich diese beiden Fahrzeuge begegnet. Dieser Pickup hat sich auf die Schützenpanzer zubewegt. Und es wurden wohl sowohl mit Signalpistole als auch mit den Bordwaffen Warnschüsse abgegeben, worauf dieser Pickup nicht reagiert haben soll. Und irgendwann kam dieser Pickup so nah dran, dass der Führer vor Ort ein Bedrohungspotenzial erkannte für sich und die Entscheidung getroffen hat, dann Feuer, und zwar wirkendes Feuer auf dieses Fahrzeug abzugeben. Sechs afghanische Soldaten sterben in ihrem Wagen durch die Geschosse des deutschen Panzers. Die Stimmung schlug sehr stark um und sehr schnell um. Und die afghanischen Soldaten haben angefangen, ihre Waffen auf meine Soldaten anzulegen. Das war eine schwierige Situation, eine schwierige Entscheidung, ein schwieriger Rat, den ich geben musste. Und er lautete, dass, oder für mich war klar, ich konnte meinen Soldaten, und ich werde meinen Soldaten auch nicht, das Recht zur Selbstverteidigung nehmen. Bundeswehr und afghanische Nationalarmee sind eigentlich Verbündete. Doch jetzt wollen die Afghanen Rache nehmen für ihre getöteten Kameraden. Die Afghanen haben die Stellung verlassen, sind beten gegangen, kamen zurück, haben wieder auf meine Soldaten angehalten, haben die Stellung wieder verlassen. Man konnte denen ja nicht verbieten, in die Stellung zu gehen, das ist deren Land. Und somit eskalierte und deeskalierte die Situation innerhalb weniger Stunden ständig. Es war so eine sehr, sehr große Anspannung. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich...